Die Firma Motorwerk ist im Steckborn offizieller Vertreter der Elektro-Bike-Marke von Neox. Wir präsentieren dir gerne die Modelle 2020 von Neox. Das Modell Crosso, es ist das sportliche Mountainbike für alle Bereiche. Das Modell Sitten, tiefer Einstieg und breiter Ballonreifen mit Gepäckträger und mit Licht ausgestattet. Das Modell Touri, der Grand Tourer, super komfortabel und für alle Bereiche. Das Modell Sporter, ein Hammer, Design, pure Schlichtheit. Das Modell Urban, wunderschönes Stadtbike und zeitgemässen Design. Gegen oben runden die Modelle Sporter Pro und Crosso Pro das Modellangebot ab. Also, es gibt für jeden Einsatzbereich das passende Elektro-Bike von Neox. Kauf dir jetzt dein Neox www.motorwerk.ch und caffeine.